... Autolenker zu erregen ist offenbar notwendig. Denn vor allem unkonzentrierten Lenkern, die sich nebenbei mit Telefon oder Autoradio beschäftigen, entgeht nur allzu leicht ein Knirps auf der Straße. Jeder Fahrzeuglenker sollte sich an der Nase nehmen und sollte im Bereich von Schulen einfach die Geschwindigkeit reduzieren und mehr Vorsicht walten lassen. Denn Kinder sind wirklich unberechenbar. Kinder springen auf die Straße, ohne es wirklich zu wollen. Und da ist der Autofahrer gefordert, dass er wirklich aufpasst. Jedem Autofahrer, der morgens oder mittags durch ein Schulgebiet fahren muss, sollte eigentlich klar sein. Weg vom Gas und Augen auf. Nur so können Fehler von Kindern im Verkehrsgeschehen durch schnelle Reaktion ausgeglichen werden.